Hi Leute, hier ist wieder euer Killer. Ja, ich habe ja erzählt im letzten Video, oder im vorletzten, weiß nicht mehr ganz, dass ich ja Urlaub mache in der Rhön. Und ja, und ich mache ja auch Ausflüge und so, wie es das gehört, ja. Und ich bin momentan auf einer Burg in Bad Kissingen. Ja, und das ist sehr schön hier, so wie man das hier sehen kann. Also die Aussicht ist sehr geil, ich zeige es einmal hier. Ähm, ist die, äh, die wunderschöne Aussicht. Ähm, das glaube ich, wenn ich, wenn ich richtig liege, ist das alles, ähm, Bad Kissingen. Also es ist schon relativ groß, ja, also nicht so übelst groß wie Frankfurt oder München oder so, aber es ist auch sehr groß. Ähm, und für das Video so, ich mache das heute nicht so lang, höchstens eine Minute 30 oder so, länger nicht, weil, ähm, ich einfach jetzt noch keine Lust habe und ich später vielleicht noch mal ein längeres Video mache. Auf jeden Fall, ja, also hinter mir ist halt sehr, sehr großer Turm, wenn ihr ihn sehen könnt. Meine Kamera ist leider nicht so gut, ist halt übers Handy. Ähm, aber das ist, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Ähm, und ja, ich hoffe, das Video hat euch hier mal gefallen. Vielleicht mache ich noch, vielleicht fahre ich noch mal hierher irgendwann und mache dann nochmal ein Inklusivvideo von allem so. Ähm, ich gehe aber jetzt mal kurz hier lang und meine Videozeit ist jetzt auch schon vorbei, wie ich es angekündigt habe. Also, ja, gib mir aufs Video zwei Likes, da bin ich zufrieden und dann eins, zwei, drei, ciao.